Ich würde sagen, man muss den Weg nicht gehen, aber es ist ein Weg und ich finde es einen spannenden Weg für mich, weil die Konzertfotografen, die bekannt sind, sagen wir so mal im amerikanischen Markt, da gibt es eben zwei, drei wirklich Bekannte, und die sind eigentlich bekannt worden, weil sie eben lehren, weil sie Leuten helfen. Und meine Intuition von diesem Projekt ist eigentlich, dass man den Leuten die Leidenschaft gibt oder die Möglichkeit gibt, wirklich Konzertfotograf zu werden. Nicht mit dem Anspruch jetzt, dass man unbedingt davon leben kann, aber einfach, dass Leute sehen, okay, es ist möglich und es ist am Anfang wirklich schwierig und es gibt eigentlich relativ wenig, ja, sagen wir so, es gibt wenig Leute, die darüber schreiben, wie man es wirklich macht. Und meine Idee war, dass ich eben ein E-Book schreibe darüber und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich halt vom Anfang an Konzertfotograf werde, welches Equipment brauche ich, was muss ich beim ersten Konzert behaupten, was ist eine Fresse-Festierung, was ist ein Fotografen, bis dahin gehen, wie kann ich meine Fotos vermarkten und wie gehe ich mit Fans auf Tour. Und genau das ist eben so, dass das Gesamtkonzept, ich würde sagen, es ist kein Muster, wenn man es macht, weil wenn es jetzt jeder macht, würde es dann auch wahrscheinlich nicht mehr so sinnvoll, aber es ist auf jeden Fall ein guter Schritt oder eine gute Richtung, die ich für mich gegangen bin, weil ich mir denke, ich will eben Leuten helfen und das ist eine Möglichkeit. Ich habe jetzt, ich mache das jetzt sieben Jahre, ich habe sicher Jahre gebraucht, bis ich mal das aufgebaut habe und ich denke mal, ich kann meinen Weg weitergeben, auch wenn das natürlich nicht der einzige ist, aber ich kann den Leuten sagen, so wie ich es gemacht habe. Und das ist eben ein Weg, der halt auch wirklich gut ankommt. Und ich habe mir letztendlich innerhalb von sieben Monaten eine internationale Community aufgebaut, mit hauptsächlich Leuten aus Amerika, aus England, Australien, also querverstrahl. Und es macht einfach Spaß, wenn man sieht, dass Leute auch Erfolg damit haben und sagen, ich habe das E-Book gelesen und ich habe jetzt mein erstes Covershooting und sonst wäre es entgangen. Danke für den Super. Also ich kenne es eben auch so, dass glaube ich in unserer Gesellschaft, tatsächlich vielleicht speziell in Österreich oder im deutschsprachigen Raum, eher diese diese Zurückhaltung gegeben ist und ja nicht zu viel sagen, ja nichts verraten, ja nicht irgendwen helfen. Und ich gehe aber total den komplett gegensätzlichen Weg, sage ich einmal, der aber komplett normal ist in Amerika, weil in Amerika die Leute helfen sich einfach, die Leute sind motiviert und keiner hat eine Angst, dass ich jetzt da irgendwas zu viel verrate.